Radio Essen. Der Tag in 5 Minuten. Am 16. Januar mit Joshua Windelschmidt. Einen schönen guten Abend zusammen. Jeder wird automatisch zu einem Organspender, wenn er nicht klar widerspricht. Tja, so hatte sich das Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vorgestellt. Allerdings ist sein Vorschlag im Bundestag abgelehnt worden, was auch uns hier in Essen direkt betrifft. Allein in der Uniklinik in Holsterhausen warten rund 800 Menschen auf ein Spenderorgan und sind deswegen auf Hilfe angewiesen. Das Problem ist, viele Menschen haben keinen Organspendeausweis und deswegen fehlen Organe. Peter Renzel, der Sozialdezernent der Stadt, findet die Entscheidung im Bundestag schade und ist enttäuscht. Er sagt, durch die Abstimmung haben wir eine Chance vertan. Man hätte auf einen Schlag vielen Menschen helfen können. Ein ganz sensibles Thema, das viele Menschen unterschiedlich sehen. Maik aus Altenessen hat auch eine klare Meinung dazu. Ich meine, Organspende ist eine nette, gute Sache, eine hilfreiche. Ich bin aber dagegen, jeden als potenziellen Organspender sofort einzusetzen und man widersprechen muss. Es bleibt also erstmal beim Alten. Organspender ist man nur, wenn man einen Organspendeausweis hat. Es ist eine unfassbare Tat. Im letzten Sommer haben in Altendorf acht Jugendliche einen 17-Jährigen verprügelt, auf ihn eingetreten und ihn bespuckt. Der junge Mann blieb blutüberströmt liegen. Heute hat das Amtsgericht in Rüttenscheid die Urteile dazu gesprochen. Einige der Jugendlichen müssen für drei Jahre und drei Monate ins Gefängnis. Nachdem das Urteil verkündet wurde, kam es im Gerichtssaal zur nächsten Schlägerei. Zwei arabische Großfamilien sind aufeinander losgegangen. Die Polizei musste dazwischen gehen. Die beiden Familien sind schon länger zerstritten. Das sei wohl auch der Auslöser für die Gewalttat im letzten Sommer gewesen. Es ist eines der traditionsreichsten Unternehmen bei uns in Essen und weltweit unterwegs. ThyssenKrupp. Der Konzern aus dem Westviertel muss momentan aber ziemlich kämpfen und sucht nach Wegen, wie er wirtschaftlich wieder stabiler werden kann. Die Aufzugssparte läuft bei ThyssenKrupp mit am besten und bringt viel Geld. Jetzt könnte sie aber an die RAG-Stiftung in Stoppenberg und andere Unternehmen verkauft werden. Die RAG-Stiftung will sich breiter aufstellen, sagt sie. ThyssenKrupp überlegt aber noch und ist sich nicht so ganz sicher, ob die Aufzugssparte an die Börse gehen soll oder eben verkauft werden soll. Ein Mann versteckt in der Wohnung seiner Ex-Frau kleine Wanzen, um abzuhören, was da so in der Wohnung passiert. So hat der Mann seine Ex wohl ausspioniert und später dann auch überfallen. Er soll sie mit einer Luftpistole bedroht und angegriffen haben. Ein unglaublicher Fall von Stalking, der zum Glück durch eine Nachbarin aufgeflogen ist. Sie hatte den Angriff bemerkt, ist direkt zur Wohnung gegangen und so ist der Mann weggerannt. Aber weit kam er nicht. Mittlerweile hat ihn die Polizei im Blick und heute stand der Mann zum ersten Mal deswegen vor dem Landgericht in Rüttenscheid. Das Urteil soll Ende Februar fallen. Nicht immer hält die Werbung das, was sie verspricht. In diesem Fall trifft es aber zu. Auf einem Lkw-Anhänger einer Holzpellet-Firma stand der Werbeslogan Wir feuern dich an. Und was passierte? Der Lkw-Anhänger fing plötzlich an zu brennen. Das Ganze ist in Karnap passiert und zum Glück wurde dabei niemand verletzt. Der Fahrer war dabei gerade auf dem Weg zur Müllverbrennungsanlage, hat das Feuer aber rechtzeitig bemerkt. Die Feuerwehr hat das Feuer im Lkw dann recht schnell gelöscht. Wenn ihr euch das anschauen möchtet, dann klickt auf radioessen.de oder auf unsere Facebook-Seite. Da findet ihr ein paar Fotos. Wir wollen mehr Holländer nach Essen locken. Das sagt die Essen Marketing. Die ist aktuell in Utrecht auf der größten niederländischen Reisemesse. Und da macht sie Werbung für unsere Stadt. Unter anderem für die Radwege an der Ruhr, aber auch für die Keith-Herring-Ausstellung im Museum Volkwang. Ja, mal schauen, ob es klappt und ob bald mehr Reisebusse mit gelbem Kennzeichen bei uns in der Stadt parken. Und das war überregional wichtig. Nicht nur die Organspende hat die Politiker im Bundestag heute beschäftigt, sondern auch der Kohleausstieg. Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre Minister haben die ganze Nacht durch beraten und am Ende kam ein Kompromiss dabei heraus. Die Kraftwerke sollen nach und nach abgeschaltet werden. Erst im Westen Deutschlands, danach im Osten. Und vom Bund gibt es 4 Milliarden Euro Entschädigung für die Unternehmen. Allerdings hat der Essener Konzern RWE schon gesagt, das wird uns nicht reichen. Wir haben deutlich mehr Verlust dadurch. Und deswegen werden wohl viele Menschen ihren Job verlieren. RWE spricht von bis zu 3000 und das relativ kurzfristig. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Heute Nacht kommen wieder mehr Wolken nach Essen und es wird windig. Immerhin starten wir recht trocken in den Freitag, aber im Laufe des Tages kommt der Regen zurück. Es wird ziemlich ungemütlich also. Das Ganze dann bei Höchstwerten um die 10 Grad. Die nächsten Nachrichten bei uns aus Essen hört ihr morgen früh ab 6 bei Radio Essen. Bis dahin wünsche ich euch erstmal einen schönen Abend und eine gute Nacht. Das war der Tag in 5 Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.